Was ist das Schwierigste? Scheisse. Das Schwierigste geht zum Anfang. Ich würde sagen, es ist... Klasse. Pizza. Schokolade. Eigentlich hatte ich immer das Gefühl, mehr Brünette. Aber schlussendlich waren viele Freundinnen auch blond. Beides gut. Gibt es noch eine andere Frage? Nein, ich bin schon sehr ordentlich. Und zwar... Weil ich es gerade bei Musik machen kann, wenn ich weiss, alles rundherum ist in Ordnung und dann kann ich dafür in den musikalischen Projekten ist einfach alles möglich und muss es dort nicht von Anfang an geordnet sein. Und das kann ich nur vergessen, wenn es in Ordnung ist. Und das kann ich nur vergessen, wenn es in Ordnung ist. Rein soundmässig ist das Open-Air optimal. Klingt immer super, aber die Halle hat halt so etwas in Teams und es ist schon sehr schön. Und von daher... Am liebsten wäre es eigentlich so wie der Sound vom Open-Air in einer Halle drin. Das wird leider nie möglich sein. Das ist ein ganzes Mal. 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 Das ist ein ganzes Mal.